OAAD.de, one of a day keeps the doctor away. Einen In-App-Kauf und mehr Infos gibt es nicht. Was macht die App? Ganz einfach, ihr könnt in der App nach Kategorien sortiert nach Hashtags suchen, die ihr für Instagram nutzen könnt, wollt und könnt dann ebenso diese Hashtags gleich kopieren. Ähm, ja, ich nutze dafür mal eigentlich Tagwag oder so ähnlich heißt, eine andere App, aber Captions for Instagram and Facebook Fotos 2020 hat auch eine sehr schöne Übersicht über Hashtags, wenn euch da nicht selber welche einfallen, beziehungsweise wenn ihr so gucken wollt, was sind denn die Hashtags, die, ja, viele Likes kriegen. Zum Beispiel, ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info at oaad.de, facebook.com slash oneappatalk, gplus.deo slash oneappatalk oder eine Ad-Menschen an twitter.com slash oneappatalk.